Und da ein helle Bogen aus dem Fenster, erwergenden Ängster. Juhu! Dicken Maddy durch Deton City. Hier die Bremse. Ok, Bremsen gehen. Toni im 120.000 Euro Auto. Oh oh, da kommt der erst zur Hürde. Oh oh oh! Es kostet 120, mal es kostet 10. Ahhhhh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Mit faulabwürdig über die Henkelschlaße. Ein Ding! Damit kann ich sie nicht da machen. Das ist immer nie ein Sprinter, ey! Geht doch normal. Ja! 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 Geht doch normal! Mas…. A confine nach dem der Niemannischen Also hier kann ich ihn nicht sehen. Werfener fällt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.